Willkommen beim Basteln mit Leili und Anni. Und jetzt geht's los. Hallo, heute machen wir so etwas als Deko. Das ist Knete, also als Dekoration. Halt ein Smoothie. Sehr hübsch. Ja, aus Knete. Aber bitte nicht nachher daraus trinken. Bitte nicht. Was ihr dafür braucht, zeigen wir euch jetzt. Also, ihr braucht dafür einen Becher. Wir haben jetzt den mit Flip-Flops genommen. Und dann brauchst du, willst du es sagen, Anni? Wie heißt das? Also halt Röhrchen mit Glitzer-Teilen dran. Mit Palmen aussehen und so weiter. Ja, dann Knete. Wir haben jetzt von Play-Doh. Aber nett, dass du für Play-Doh. Play-Doh-Doh-Doh. Aber nicht, dass wir jetzt für Play-Doh-Werbung machen, ne? Ja, wir haben jetzt einfach Play-Doh genommen, weil wir keine andere haben. Die Knete. Aber wenn ihr nicht genug habt, nehmt ihr einfach eine Servierte, faltet die und schuppt die dann da rein, so wie es braucht. Und dann müsst ihr einfach die Knete oben drauf machen. Wir haben halt jetzt genug, aber wenn das so ist, dann macht ihr es. Und die war sogar noch gut. War. Die steht ja schon fünf Jahre, aber die ist immer noch gut. Okay, nicht das Beste, aber ja. Und wie das geht, zeigen wir euch jetzt. Wir haben jetzt Weiß und Streusel. Streusel machen wir oben drauf, oder, Anni? Okay, dann unten erstmal das, dass es echter aussieht. Das ist echter aussieht. Obwohl, weiß, sieht eh nicht echt aus. Okay. Und von dem haben wir auch... Zeig mal, zeig mal, ist denn die Kamera? Ja, so sieht es aus. Ja, jetzt sieht es so aus und wir werden das jetzt erstmal platt machen. Ja, und dann zeigen wir, wie das geht. Ja. Also wir haben jetzt ein Radiergummi genommen und... Oh, nein, das ist ein bisschen dran. Dann müsst ihr das einfach erstmal... Ist nicht so scharf. Du musst zweimal drauf drücken. Ah ja. Dann muss man jetzt erstmal die Seiten... Gerade rubbeln? Also streichen. Nicht rubbeln. Streichen, meine ich. Ja, wenn wir das einmal außenrum haben, zeigen wir mehr. So, wir haben das jetzt platt gemacht. So sieht das jetzt aus. Ja, und jetzt werden wir halt die machen, weil dazu werden wir die zuerst einmal mit, ähm... Wie heißt das, mit, ähm... Pfeifenreinigern, ähm... Pfeifenreinigern, wir holen die jetzt schnell und dann machen wir weiter. Los. Also, wir haben jetzt halt... Die drei ausgesucht. Ja, wir haben jetzt nicht zum Beispiel Gold für die Klar-Ziebfarbe oder das für das, sondern wir haben halt so ein bisschen anders genommen, sonst nicht wie da jetzt. Endlich gehen wir auf die andere Seite. Sondern wir haben es halt jetzt so ein bisschen stimmig gemacht. Und dann machen wir es halt so wie da auf der Seite. Und wir machen es so, dass wir halt erstmal eins außenrum machen. So. Festhalten. Und dann? Dann macht man das hier, so knickt man die kleine Spitze nochmal. Ja, so. Und dann halt außenrum machen. Ja, so. Oder so viel, wie ihr halt wollt. Wir nehmen jetzt so viel. Und schneiden wir den Rest ab. Nur die Schere. So viel. Komm. Gut. Und wir werden halt jetzt gleich wie oben machen. das Ei einfach auch wieder abknicken, dass es fest bleibt. Dann haben wir das erste schon. Und bei den anderen werden wir das jetzt auch machen. Und dann bis gleich. Also, wir haben jetzt alle hier. Könnt ihr nochmal gucken. Jetzt werden wir die alle so ein bisschen biegen, als wenn ihr jetzt trinken würdet, weil ihr trinkt ja nicht so viel von. Also macht ihr die so ein bisschen schräg. Ja, so. Ein bisschen vielleicht ausbreiten. Das sieht noch echter aus. Ja, und dann hier oben halt biegen. Ja, das geht gerade nicht. Ja, gut, wie es geht. Machen wir jetzt bei allen anderen. Das geht jetzt eigentlich schnell. Ich liebe dieses Geräusch. Das. Okay. Ja, und dann haben wir das jetzt. Manche sind ein bisschen mehr, manche weniger. Aber es sieht ja auch eigentlich cool dieser Effekt aus. So, und was machen wir jetzt? Jetzt stecken wir es rein. Wenn ihr jetzt unten... Uhuhu. Ja, Annie. Wenn wir jetzt unten... Also, wenn ihr jetzt eine Serviette habt, geht es nur bis zur Serviette, aber nicht weiter runter. Aber wenn ihr die Knete ganz habt, könnt ihr es bis hier runterziehen. Jetzt müsst ihr halt überlegen, wo ihr es hinmachen wollt. Also, warte, ich zeig das mal hier. Hier haben sie das in die Mitte ungefähr, ein bisschen an den Rand von der Mitte gemacht. Ja, aber da war halt eine Serviette drin, dass die würde so aussehen. Ja. Und wir machen das jetzt zum Beispiel so rein. Wir müssen halt so weit ziehen, bis es unten angekommen ist. Stopp. Ja, nee, das geht noch. Ziehen wir jetzt ein bisschen weiter nach oben. Gucken, ob es noch geht. Ja, das war's. Jetzt machen wir es mit anderen auch. Und bis gleich. So, also, wir sind jetzt fertig. Ja, wir haben es jetzt so gemacht. Oh, ich finde es so hübsch. Danke. Ja, weil jetzt kriegt die Annie dann am Schluss. Geschenkt! Ja, und bei der nächsten Verlosung werden wir auch schon eins verlosen. Werden wir noch mal verholfen und basteln. Wenn ihr wollt. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr das als Verlosung haben wollt. Also so eins, wir basteln dann noch mal eins. Und wir werden jetzt hier außenrum das noch machen. Bis gleich. Und so eine Info, nur ganz kurz für euch. Also ihr könnt in die Kommentare Fragen an uns stellen. Weil dann würden wir auch mal so ein Frage-Antwort-Video drehen. Mhm. Wie zum Beispiel, ähm... Wir sind jetzt fertig. Und... Ja, und so sieht jetzt der Vergleich aus. Die sehen sehr ähnlich aus. Zum nächsten Video. Tschüss! 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 Das reicht, oder, Annie? Ja. Also, zieht jetzt was? Upsi! Das ist jetzt mal runtergefallen. Ich komme gleich wieder, ich verschwindet. Wir machen das schon. Oh, ich habe hier nicht geklappt. Oh, ich habe hier nicht geklappt. Warte. Warte. Also, halt mal. Lady, halt mal, bitte. Ich mache es raus. Komm, ich halte es. Lauf. Alter, da müssen wir jetzt gleich irgendwie kommen. So, ist das jetzt mal? Okay. Cool. Also, so sieht es jetzt mal aus. Mal so ein Konzertspielstatt. Und jetzt... Komm mal... ... so raus. Bäh. Ja, also, jetzt machen wir das da raus. Noch ein bisschen und dann reicht. Ja. Und das ist noch drum. Ja, aber das machen wir demnächst. Es passt nicht drum, Lady. Äh, Annie. Fertig! Es passt nicht drum. Ja. Annie, du brauchst es gar nicht zu versuchen. Wir sind fertig. Hör auf, Annie. Okay, egal. Zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.